Hey Leute, ich bin bei euch mit ihr gesehen. Heute spielen wir wieder Clash Royale. Und ja, im Hintergrund läuft wieder Musik. Lautstärke dürfte wieder passen, hoffe ich mal. Ja, machen wir mal einen Fight. Okay. Ich hoffe wir können den Kampf gewinnen. Komm, dann skilette mir. Ich dachte gerade, er hat aufgegeben. Ja, ein neues Gewissen. Oh, scheiße, Elite-Baban. Turm is down, Turm is down. Obwohl, er hat wenig damage gemacht, aber auch nicht so mega viel. Hat ein Sepp, okay. Fird schwierig. Jetzt muss man halt den Scheiß aufheben. Hier nochmal ein Sepp. Ein schöner Sepp. Er hat einen Ofen, fuck man. Der wird's stören. Puscht mich auf die andere Seite. Ach, jetzt kommt ein Elite-Baban dazu. Ich habe einen Kampfholz zu loppen. Tower drüben passiert jetzt richtig hart. Er hat eine Sepp gewastet. Richtig nice. Sagen wir, dann starten wir schon mal die Push. Jetzt kommt seine Leckerne heute hier. Sepp. Oh, die Kuppel sind leicht am Turm. Ziemlich geil. Wenn er jetzt noch seine Elite-Baban setzt. Okay, ne. Beide Tauber von ihm sind fast da. Okay, einer ist fast da und der andere nicht. Hier mal ein Prinz. Jetzt kommt sein Ofen gegen den Prinzen. Safe. Elite-Baban. 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 Ja. Sehr komisch. Tor ist down. Sklöttermeer. Zip. Tunnelgräber. Jetzt Feuergeister. Drakonen pushen. Bitte lasst ihr mich gewinnen. Ja, alles. Ich bin's. Ich bin's. Dann öffnen wir noch die Kronentruhe. Okay, zwei gewählen. Eine Elixierpumpe. Es kann kein Epic werden oder letztendlich. Das war's mit dem Video. Ciao!